Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Gestern war ja Trainingsauftakt bei uns auf Schalke. Es gab ein großes öffentliches Training natürlich auch mit unseren Neuzugängen und es wurde natürlich auch nach dem Training viel darüber gesprochen, wie es in der Kaderplanung aussieht, was da so getan werden könnte und wie es eben auch bei Marius Bülter und genau solchen Personalien aussieht. Genau über den reden wir auch heute, ob es da vielleicht ein neues Angebot gibt und es endlich auch mal so richtig Bewegung gibt. Ansonsten will Schalke wohl zwei Top-Spieler für die Abwehr holen und wir blicken auch mal generell aufs Personal. Was gibt es dort für Neuigkeiten in Sachen fitte Spieler, verletzte Spieler, aber natürlich auch noch mögliche Abgänge. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen Schalke News. Legen wir also erstmal los mit dem Personal-Update, was hier und heute sogar mal ein bisschen ausführlicher ausfällt, denn wir wissen ja, dass Rodrigo Salazar und Kenan Karaman erst am 3. Juli nach Schalke zurückkehren, bedingt durch ihre Länderspielreise mit den Nationalmannschaften. Auch Henning Matriciani fehlt ja noch, weil er ja mit der U21 unterwegs ist. Ansonsten, und das war sicherlich eine Meldung, die viele Fans durchaus negativ gepackt hat. Ralf Fährmann war ja gestern nicht im Mannschaftstraining mit dabei, denn er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und kann somit auch erst später in der Vorbereitung am Mannschaftstraining teilnehmen. Und das ist natürlich erstmal grundsätzlich eine schlechte Nachricht. Immerhin der Saisonstart, der ist für Ralf Fährmann auf jeden Fall nicht in Gefahr. Er wird pünktlich wieder im Tor stehen können. Aber einmal mehr erkennt man, dass auf jeden Fall Marius Müller als Backup nicht verkehrt ist, dass wir da auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit haben. Ansonsten war auch Marius Bülter gestern nicht im Training, was natürlich dann auch bei gewissen Leuten für gewisse Fragen gesorgt hat, aber auch das hatte gewisse Fitness- und Verletzungsprobleme, denn eine 30-Jährige hat sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und hat deswegen auch nur ein individuelles Lauftraining absolvieren können. Bei den Leistungstests am Samstag und Sonntag hat er das auch schon dosiert gemacht, eben auch nicht komplett und deswegen kann man da auf jeden Fall sicher sein, das liegt nicht an einem möglichen Wechsel, sondern es wird wohl wirklich diese Lebensmittelvergiftung bei Marius Bülter gegeben haben. Und dann haben wir noch zwei potenzielle Abgänge, denn wie Lommel SK bestätigt hat, wechselt Dries Wautas zu dem Verein und bleibt somit nicht bei KV Mechelen. Es wurde jetzt vor ein paar Tagen gemeldet, dass Mechelen die Kaufoption in Höhe von 1,3 Millionen Euro für Wautas gezogen hat, was mich persönlich schon sehr, sehr stark wunderte, weil das eigentlich viel zu viel Geld ist für das, was er ihm gebracht hat und nun hat eben Lommel SK zugeschlagen und wir werden dann sicherlich nicht diese 1,3 Millionen Euro bekommen. Und ganz interessant, auch Sidi Sané, der steht vor einem Abgang bei uns auf Schalke, hat natürlich jetzt im Profi-Team ohnehin keine wirklich große Rolle gespielt, aber er wird, zumindest sieht es aktuell so aus, Schalke verlassen. Man ist in Gesprächen, das hat auch Hechelmann nochmal bestätigt und er fehlte eben auch bei der U23, um mit einem anderen Verein über einen Wechsel zu sprechen. Und wechseln sollen natürlich auch noch Spieler zu uns und nicht nur weg von uns. Und da sucht Schalke vor allem auch noch Verstärkung für die Abwehr. Das hat André Echelmann auch gestern nochmal klargemacht. Wir suchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Dann gibt es das Thema Linksverteidiger. Wir haben zwar ein paar Jungs im Kader, die diese Position begleiten können, aber Jere Uronen hat uns verlassen. Deshalb müssen wir die Situation mal durchdenken. Und deswegen könnte es auf jeden Fall sein, da Schalke auch auf der Linksverteidiger-Position nochmal nachlegen wird. Auch die Watz und die Bild hatten da nochmal drüber gemeldet, dass man genau für diese beiden Defensiv-Positionen Leute holen möchte. Und da ist man eben auch ganz klar auf der Suche nach Topspielern für die Abwehr. Nach zwei erstklassigen Verteidigern, einem für die linke Seite und eben einem für die Zentrale. Und für Links ist wohl auch tatsächlich Michal Karbovnik der Wunschkandidat. Über ihn haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. Aktuell ja bei Fortuna Düsseldorf noch unter Vertrag. Jetzt geht es dann erstmal zurück zu Brighton. Da ist auf jeden Fall ein Verkauf denkbar. Für uns erstmal noch zu teuer, aber grundsätzlich ein sehr interessanter Spieler. Und in der Innenverteidigung sind wir uns sicherlich auf jeden Fall alle einig. Da muss auf jeden Fall noch mindestens ein neuer Topmann her. Und da hat Schalke auch weiterhin die große Hoffnung, Sepp Vandenberg zu bekommen. Denn da hat man immer noch nicht aufgegeben. Und mit einer Entscheidung ist laut der Watz auch schon bald zu rechnen. Auch die Bild hat nochmal betont, dass auch hier für die Position Vandenberg der klare Favorit ist, der klare Wunschkandidat ist. Und Schalke auf jeden Fall probiert, ihn halten zu können. Ich denke mal mit möglichen Defensivtransfers von Vandenberg und Karbovnik könnten wir unsere Defensive unglaublich verstärken. Das wären natürlich zwei super Deals. Aber da muss man sicherlich auch nochmal so ein bisschen abwarten. Schalke will auf diesen Positionen auf jeden Fall nachlegen. Vor allem aber auch links hängt sicherlich so ein bisschen davon ab, inwiefern Thomas Auvian zugetraut wird, Stamm-Links-Derteidiger zu sein. Natürlich auch, wo man ganz genau mit Henning Matriciani planen, welches Budget man eben auch dann für diese Positionen so hat. Denn ein Michal Karbovnik ist halt Stand hier und heute nicht wirklich günstig. Und für die Innenverteidigung, ich denke mal, da wäre man auch bereit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Gut, bei Sepp Vandenberg wäre es ja ohnehin nur eine Laie. Da werden wir jetzt nicht irgendwie eine Ablöse zahlen können, zahlen müssen. Und somit muss man da sicherlich nochmal gucken, welche Möglichkeiten es da so gibt. Aber Schalke will da auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Und grundsätzlich ist es ja bei uns auch auf Schalke so, dass wir für mögliche Neuzugänge auch nicht auf Einnahmen angewiesen sind. Und auch deswegen kann man in die Verhandlungen rund um Marius Bülter relativ beruhigt reingehen. Und da gibt es jetzt nochmal ein paar Neuigkeiten. Wir hatten ja schon gehört, Marius Bülter war gestern nicht im Mannschaftstraining mit dabei, konnte nur ein paar Laufeinheiten mitmachen, weil er eben eine Lehnzettelvergiftung hatte und somit jetzt das auch wieder erst langsam steigern kann. Grundsätzlich ändert sich aber nichts an seinem grundsätzlichen Gedanken. Und dieser lautet, Bülter will Schalke verlassen. Daran hat sich nichts geändert, auch in den vergangenen Tagen nichts. Auch das gestrige Training hat nachher nichts geändert. Bülter möchte gehen und es gibt da auf jeden Fall nochmal Neuigkeiten. Denn wie die Bild-Zeitung berichtet, gab es letzte Woche Dienstag ein Gespräch zwischen Schalke und Hoffenheim in Düsseldorf. Da haben die Verantwortlichen miteinander gesprochen zu eben Verhandlungen. Und Hoffenheims Angebot soll inzwischen bei etwa 2,8 Millionen bis 3 Millionen Euro liegen, inklusive Bonuszahlungen. Und da muss man natürlich da mal gucken, wie es so weitergeht. Aber die Bild sagt auf jeden Fall, die Gespräche laufen wieder an. Auch der Kicker hat das gemeldet, denn die wiederum sagen sogar relativ klar, es wird erwartet, dass Hoffenheim den Transfer von Bülter in Kürze sogar schon finalisieren wird. Hechelmann, der wiederum hat nochmal gesagt, dass bislang kein weiteres Angebot für Bülter abgegeben wurde. Der Stand wäre wie vor acht Tagen. Es gab keine Gespräche. Der Kicker und die Bild wiederum melden, es gab Gespräche. Und da ging es eben dann vor allem auch darum, wie man sich einigen kann. Denn Schalke ist wohl grundsätzlich zu einem Entgegenkommen bereit. Man erwartet aber auch ganz klar, dass Hoffenheim selber auch bereit ist, das Angebot nochmal deutlich zu erhöhen. Und deswegen haben wohl auch am Sonntag nochmal Rosen und Knebel miteinander telefoniert. Alexander Rosen ist ja Hoffenheims Sportboss. Und da hat auch Knebel nochmal die Position von Hechelmann ganz klar bekräftigt. Und diese Position lautet eben auch, man will Marius Bülter nicht abgeben. Und wenn eben Hoffenheim Bülter haben will, dann nur für einen wirklich sehr, sehr guten Preis. Und nur dann, wenn eben auch Schalke damit zufrieden ist. Und somit könnte es auf jeden Fall noch sein, dass die Verhandlungen immer noch scheitern können. Es kann jetzt auf jeden Fall ein bisschen Bewegung reinkommen, dass Hoffenheim tatsächlich jetzt auch nochmal einen Schritt auf Schalke zumacht und eben auch möglicherweise das Angebot nochmal erhöht. Aber Hechelmann hat eben auch natürlich durch solche, wie ich finde, cleveren Aussagen klar gemacht, dass man eben nicht auf Einnahmen angewiesen ist, um neue Spieler zu holen. Dass eben auch ein Marius Bülter nie und niemals verschenkt wird. Auch nicht an die TSG Hoffenheim. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anale Schalker.